Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar der Folge Nummer 5 in der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und hier habe ich heute Verstärkung mitgebracht, die ja immer schon da war in den letzten vier Teilen. Wir sind also heutzutage immerhin schon in Teil 5 und ich kann mich erinnern an einen Kommentator auf die erste Sendung, der da sagte, von wegen, ja, also von mir aus kann diese Serie ruhig mindestens 25 Folgen umfassen. Und ich muss sagen, das war gar keine so schlechte Schätzung. Und das war jetzt erstmal schon die gute Nachricht. Und jetzt kommt der Jörg, der sich jetzt einschaltet. Das ist ja nichts Neues mit deinen 25 Folgen. Ich erinnere dich mal daran, dass du mal zu mir gekommen bist und gesagt hast, ich möchte gerne mal eine Sendung über Amanda Lear machen, was ich davon finden würde. Du hast mir nicht gesagt, ich will 226 Sendungen über Satans Medienagenda machen? Nee, da war auch gar nicht die Intention vorher. Nur im Augenblick ist es halt einfach so, dass ich glaube, dass wir hier ein Thema aufgegriffen haben, was eine unglaubliche Anzahl von Menschen tatsächlich interessiert, weil es sich eben nicht jetzt ausschließlich auf einen Bereich festlegt, sondern weil es halt so bereichsübergreifend ist. Wir haben ja die Bibel dabei, wir haben ja Politik dabei und wir haben ja Geschichte dabei. Wir haben ja so eine ganze Menge mit an Bord diesmal und nicht als einfach nur irgendein Sänger oder so. Ja, das Schöne ist, dass ja die Bibel selbst schon über Verschwörungen spricht. Das Schöne ist natürlich auch, dass viele Leute sagen, die Bibel ist ja sowieso, naja, also nicht Gottes inspiriertes Wort, sondern ist einfach ein Buch, das Menschen geschrieben haben und die können ja reinschreiben, was sie wollen. Aber ich persönlich und du ja auch, wir beide nehmen ja die Bibel eigentlich als Grundlage für unsere Moral, als Grundlage für unseren Glauben und auch als Grundlage für unser Handeln. Und so sollte das ja auch sein. Und wenn die Bibel über Verschwörungen spricht, dann ist es ja nicht nur, dass sie hier und da Verschwörungen aufdeckt, wie wir, glaube ich, in einem der letzten Teile besprochen hatten, wo du über die Confederacy gesprochen hast immer wieder angeholt war und dann auch mit dem König, der getötet wird. Da war ja auch diese in zweiter Könige irgendwo dieser Vers. Sondern die Bibel sagt ganz deutlich eben noch, dass es das eben auch in der Welt gibt. Und wenn es es in der Bibel schon gibt, wo über normalerweise über Gottes Volk gesprochen wird, dann gibt es das sicher auch bei den Völkern, die nicht von Gott sind, sage ich jetzt mal so. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die anderen Völker nicht von Gott sind. Also das ist ja alles ein bisschen schwierig. Es gibt die Heidenvölker, die sich um Gott nicht kümmern. Und es gibt die Menschen, die sich wohl um Gott kümmern. Und bei beiden gibt es Verschwörungen. Und oftmals gibt es von denen, die sich nicht um Gott kümmern, Verschwörungen über die, die sich um Gott kümmern. Das ist auch mal ein interessantes Thema. Und ich kann jetzt sagen, es kommen wahrscheinlich in dieser Sendung jetzt zumindest kein einziger Bibelfest vor. Dann habe ich ja gar nicht viel zu sagen. Doch, doch, so wirst du dich wundern. Und wahrscheinlich alle anderen auch. Denn wir haben ja in der ersten Folge so generell über Verschwörungen gesprochen. In der zweiten Folge über die biblische Herleitung, eben beispielsweise im zweiten Könige. In der dritten Folge ging es dann um den König, der stirbt auf dem Schachbrett von William Guy Carr. Und in der letzten Folge ging es eben dann um Behold the Pale Horse von William Cooper. Und worüber geht es jetzt? Ja, eigentlich geht es ja um unser Paradebeispiel, oder? Wir haben ja ein Paradebeispiel, wo die meisten Menschen direkt, wenn sie den Namen hören, direkt daran denken müssen, jo, das kann ich mit rechten Dingen zugehen. Das muss eine Verschwörung gewesen sein, oder so. Die Kennedy-Verschwörung. Wir suchen einfach mal bei Google, weil wir sind ja in einer Zeit der Monopolisten. Nicht Monopoly generell als Spiel, sondern halt jetzt auch in der Medienlandschaft und so weiter und so fort. Überall haben wir nur noch Monopolplayer. Also Menschen, die halt entweder unbekannt sind oder halt riesig groß sind. Also der Mittelstand stirbt auch im Internet aus. Und da gucke ich einfach mal nach Kennedy und Verschwörung auf Google. Und denke ich mir nichts Böses, kommt das. Also Bücher, die immer sagen, hier, die Wahrheit. Jedes Buch sagt hier, das ist die Wahrheit. Jungs, die Wahrheit steht in der Bibel drin. Also hier nochmal, Kennedy-Verschwörung und so weiter und so fort. Also Bücher, 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 Bücher. Ja, Bücher, Bücher. Und jeder sagt, ich habe die Wahrheit. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer das ist und so weiter und so fort. Und ja, einige Bilder ploppen jetzt hier auf, auch von dem Hergang, von dem Tathergang, der für uns gar nicht so interessant ist, der aus ganz anderen Gründen für uns interessant ist. Aber man sehen ganz einfach hier, Kennedy-Verschwörung kommt erst mal der Herr Kennedy selber. Also der John F. Kennedy, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist er hier, der Sunnyboy, sage ich immer dazu. Der kommt erst mal. Gut, das ist ja nicht großartig weiter der Erwähnung wert, oder? Na ja, also, wenn ich jetzt wieder die Zeitung frage, die Frankfurter Allgemeine, die sagt dann hier, das ist völlig aufgeklärt heutzutage, das Ende der Verschwörungstheorie. Da habe ich mir gedacht, super, brauche ich gar keine Serie zu machen. Hey, Jörg, 20 Stunden mindestens gespart. Gut. Und das ist ein Artikel, den müssen wir gar nicht durchgehen, weil der Artikel ist ungefähr genauso interessant, wie die Geschichte mit der Titanic und dem Mond, der dann zur verkehrten Zeit dann da war. Also das Schiff war immer zur verkehrten Zeit am falschen Ort oder zur falschen Zeit am verkehrten Ort, aber halt niemals zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wäre das Schiff einfach mal im Hafen geblieben, wäre da ja nichts passiert. So, die Frankfurter Allgemeine, nun mal als Beispiel, um ihr Blatt zu föhnen, schreibt dann hier das Ende der Verschwörungstheorien, weil ein Ballistiker, also jemand, der sich mit Flugbahnen beschäftigt, und zwar der von Waffen, also beziehungsweise natürlich von Munition, Waffen haben ja keine Flugbahnen, ansonsten schmeißt da halt jemand eine Plistole ins Gesicht, wenn du nichts mehr zu schießen hast. Die haben dann festgestellt, dass es da also wirklich alles völlig, völlig, völlig zurecht gegangen ist. Man hat also Gelatine genommen und man hat dann also da so, ja, aktiviere die Glocke, mach noch ein Abo und frag nicht nach, wenn irgendetwas ist. So, also ihr seht jetzt hier, ich werde dazu genötigt, wieder irgendeinen Gedöns hier abzuschließen, ich habe da gar keine Lust zu, aber auf jeden Fall gibt es einen Ballistiker, der gesagt hat, doch, das ist alles an dem, alles ist richtig und wir dürfen nicht vergessen, die FAZ ist dein Freund, die FAZ weiß alles und die FAZ ist vielleicht sogar noch besser, die wissen sogar vielleicht noch alles besser. Und die Kommentare, die darüber sind, über einen Ballistiker, der jetzt sagt, ja, nach 50 Jahren haben wir, 60 Jahren haben wir herausgefunden, das ist alles so super, also jetzt war 2013, da sagt jemand, Mensch, also es ist völlig egal, ob es ein oder mehrere Schützen gab, ist überhaupt nicht interessant. Interessant ist letzten Endes hier, dass der Mörder selber erschossen worden ist. Und ich muss euch enttäuschen, nein, wir gehen in den nächsten Folgen wirklich noch nicht in dieses Attentat rein, in diesen Tathergang, aus verschiedensten Gründen, weil ich möchte das letzten Endes aus einem biblischen und einem historischen Kontext heraus erklären, wie denn diese ganzen Politiker überhaupt dann dahin kommen, wo sie hinkommen und letzten Endes, warum dann aus denen halt so etwas wird, was aus denen dann wird, so Idole sozusagen, so halbe, ja, und wie auch immer. Ja, auf jeden Fall sagen also viele Menschen hier in den Kommentarsektionen, dass der Autor also doch gravierende Lücken hat in seinen Physikkenntnissen und so weiter und so fort, Impulsrechnung. Ich will euch damit jetzt überhaupt nicht langweilen, ja, aber das ist halt so, manchmal kann man die Sachen eben nur noch mit Persiflage oder mit Sarkasmus überhaupt nochmal ertragen. Das ist jetzt nicht nur auf Kennedy hier bezogen, ne. Denn der Herr Oswald, Lee Harvey, Oswald, der ist ja mal eben so, hat er so aus weiterer am Himmel, war es im Sinn des Wortes, hat er ja dann den Präsidenten erschossen und ist dann halt einfach wieder rumgelaufen und hat sich dann eine Cola geholt und ist ins Kino gegangen. Also das, was man macht, wenn man natürlich den angeblich mächtigsten Mann der amerikanischen Welt da umbringt, ne, klar, oder? Also alles, was mit Kennedy zu tun hat, da kann man einfach nur den Kopf drüber schütteln, wie das durchkommt, aber ich sage euch eins, die schlechte Nachricht an dieser Serie ist letzten Endes, sie sind mit Kennedy durchgekommen, sie sind mit 9-11 durchgekommen und sie kommen auch mit der gegenwärtigen Situation durch. Hat jedes Mal eine Schippe draufgepackt. Ich muss da noch was zufügen. Bitte. Sie sind schon mit Abraham Lincoln durchgekommen. Ja, der kommt auch noch. Das ist wahr, ja. Sie sind ja auch schon mit, also, wollen wir mal anfangen. Wir sprechen jetzt gar nicht mehr von all den ermordeten amerikanischen Präsidenten, die in der Total, glaube ich, 7 oder sowas, aber nur mal über den Abraham Lincoln. Da hatten wir ja auch zur Genüge, und ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Deutsch war oder in Englisch in unseren Videos, auf jeden Fall doch, glaube ich, bei Code World Babylon, aber da warst du, glaube ich, am Anfang noch gar nicht bei, als ich das mit Brett gemacht hatte, da auch drüber gesprochen, dass das eine Verschwörung war. Und ich habe dann ja einmal ein Video gemacht, ich glaube, das ist in Englisch, was das Gleichnis ist zwischen dem Anschlag auf Lincoln 1865 und dem Anschlag auf Joel F. Kennedy 1963. Da haben wir auch noch ein Schaubild, was bald kommt. Und da werde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, das wirst du dann zu gegebener Zeit wahrscheinlich erwähnen. Du kennst das Video ja auch, was ich von mir gemacht habe, du kennst die Fakten. Viele Leute kennen die Fakten ja gar nicht. Und das macht sowas natürlich ganz spannend. Ja, also so viel dazu. Im Endeffekt kannst du mir dann zustimmen, dass es sich immer weiter steigert. Die Leute können sich jedes Mal nicht vorstellen, dass es da so ein massives Cover-Up und eine massive Vertuschung gegeben hat. Ja, das konnten sie sich damals bei Evan Lincoln wahrscheinlich nicht vorstellen, damals JFK und dann bei 9-11. 9-11 war ja schon für viele einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, zu hoch. Ich bin jetzt mal ganz gemein. Die Leute, die diese Anschläge, diese Verschwörungen ausführen, die stellen sich vorher die Frage, wie dumm sind die Völker eigentlich? Was können wir denen alles verkaufen? Was schlucken die eigentlich alles? Und die ziehen es so ins Unmögliche rein, dass die Leute sogar glauben, dass zwei Flugzeuge zwei Türme vernichten. Ja, wenn sie das glauben, dann glauben sie doch wahrscheinlich auch, dass Pilze auf dem Mond wachsen, oder? Wir können es ja mal anders sagen. In Amerika, da, wo Erwin Lincoln umgekommen ist, wo JFK umgebracht wurde, ich meine, da sind wir uns ja bitte schon alle einig, und da, wo 9-11 stattgefunden hat, ja, die haben auch Hollywood. Die haben so viele Möglichkeiten zur Manipulation, dass wir heutzutage einen schweren Stand haben, zu erklären oder zu erkennen erst mal, was jetzt tatsächlich an Film- und Fotomaterial authentisch ist. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen, ja. Die Manipulation, die fängt ja nicht erst nach einer Tat an, sondern von vornherein überlegt man ja schon, wenn du Bankräuber bist, überlegst du doch als erstes, wie komme ich damit ungeschoren von? Du willst doch nicht geschnappt werden. Das macht doch keinen Sinn. Wenn du eine Bank überfällst oder irgendjemand aus dem Weg räumst, hast du dann dafür dann auch noch büßt, um mal im biblischen Zug zu reden. Wenn man sich im Werdigen jetzt hier dafür büßt, dann macht der keinen Sinn. Also muss ja letzten Endes derjenige, der irgendetwas macht, sich ja schon vorher einen Plan zurechtlegen, ja, einen Plot sozusagen, um wieder im Thema zu sein, wie er denn davonkommt. Und wenn ich dann halt hin bin und gerade den Präsidenten erschossen habe, rumlaufe einer Cola-Nuckel und mich ins Kino setze, dann sage ich jetzt einfach mal, ist dieser Mensch im mindesten Falle verdächtig, im mittleren Falle ein Psychopath und im schlimmsten Falle gar nicht der Täter. Aber die Frage, die jetzt hier einer aufgrund dieses FAZ-Artikels macht, die ja ganz berechtigt ist, ist cui bono. Das gilt ja eigentlich immer dann, wenn es sich um irgendeine Sache geht, die erstmal nicht aufzuklären ist. Ich meine, das ist ja letzten Endes die ganze Geschichte mit der Motivsuche auch bei der Kriminalpolizei. Da überlegt man ja auch erstmal, ja gut, wer hat ein Motiv und wer hat vor allen Dingen, ja, wer hat ein Alibi und so. Da überlegt man ja genauso. Das ist ja letzten Endes ein Kriminalfall hier, über den wir reden. Wir reden jetzt hier über einen Mord. Ob wir denn jetzt bei Derrick gucken oder bei Tatort gucken oder bei CIS oder wo auch immer, keine Ahnung. Ich gucke ja seit ewigen Zeiten nichts mehr. Oder jetzt hier gucken und gucken uns jetzt hier eine Ermordung eines amerikanischen Präsidenten an, für die Menschen damals eine absolute Tragödie 1963. Die Frage ist, völlig zu Recht jemand hier gestellt. Es ist völlig egal, wer eine Kugel abgefeuert hat und wohin die gegangen ist und was da passiert ist. Ja, die Frage ist, wer davon profitiert, sind diejenigen Menschen, die dem zumindest wohlwollend gegenüberstehen. Und die erste Sache haben wir ja schon, ja, bearbeitet und beantwortet in der Folge 3, dass natürlich dann derjenige, der danach König wird. Also in dem Moment natürlich erstmal Lyndon B. Johnson. Das Problem mit dem Cribono ist ja, also Cribono als wem nützt es, ist ja, dass die Leute die Frage nicht beantworten können, weil sie gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Ja, dafür sind wir ja da. Weil immer andere, ja, Ponzi's, wie nennt man das denn im Deutschen, wie der HW Oswald ja einer war. Patsy's. Also solche, bitte? Patsy's meinst du? Ja, Patsy's, ja. Sollte Schießbudenfiguren in den Weg gestellt werden und sagen, der ist der Täter, der ist der Täter. Und dann sucht man bei dem dann irgendein Motiv. Aber das Problem ist ja, die meisten Leute haben ja überhaupt gar nicht den Durchblick. Sagen wir mal Sündenbock, ja. Um den wirklichen. Um biblisch zu bleiben. Ja, genau. Ja, ja, genau. Um den wirklichen Hintergrund zu erkennen. Und das ist ja gerade das Besondere, weshalb wir diese Sendung machen, weil wir eben die Bibel damit beinehmen. Weil, ich sag dir ganz ehrlich, ohne Kenntnis der Bibel verstehe ich keine einzige Verschwörungstheorie, die in dieser Welt stattgefunden hat oder stattfindet. So einfach ist das. Und ich kann niemals jemandem das erklären, wenn er nicht bereit ist, die Bibel zurate zu ziehen und sein Wissen und seine Weisheit erst und hauptsächlich aus dem Wort Gottes zu ziehen. Weil ohne Gott in die Formel mit einzuarbeiten, ist das eine Rechenarbeit, die niemals aufgeht. So einfach ist das. Und das gefällt vielen Leuten nicht. Und deswegen werden sie dieses Kibono immer... Werden viele Leute geleitet nach den Dingen, die sie gerne hören möchten. Da heißt es dann, ach, die Juden haben profitiert, wie zum Beispiel jetzt dieser Silverstein bei 9-11, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Oder es war der oder der oder der, der davon das und das und das profitiert hat. Und das war dann der Grund für die ganze Sache. Das sind genau solche Beschuldigungen, solche hirnlosen und sinnlosen Beschuldigungen, wie zu sagen, es sind die Juden. Ich möchte gerne mal die Organisation der Juden auf dieser Welt sehen, die irgendwas in der Art und Weise regiert, dirigiert, wie, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, der Vatikan, der Antichrist das macht. Gibt es nicht. Man nimmt immer diese verschiedenen Geheimgesellschaften wie Bilderbürger, Council on Relations, Shabar Blubowitsch und wie sie alle heißen. Ja, ja, nennen sie mal alle auf. Und die haben dann auf einmal all die große Macht. Aber wenn man sich dann die Verzweigungen ganz genau anschaut, dann merkt man, dass dahinter noch jemand anders steht. Und das wollen die Leute nicht sehen. Nee, das ist ja unbequem, weil das würde dann das Weltbild infrage stellen. Ja, ich komme immer wieder auf diesen Einsatz. Interessant. Der Mundus wohl die Chibi, ergo die Chibiatur. Ja, ja, da habe ich meine Serie mit der Science is the New Religion mit angefangen, genau mit dem Satz. Aber der ist jetzt hier noch nicht drin. Also die Menschen wollen betrogen werden oder die Welt will betrogen werden und darum wird sie auch betrogen. Weil die Leute gehen halt lieber der Lügen, der süßen Lüge auf den Leim, weil sie sagen, ach ja, das ist mein gewohntes Leben, so funktionieren das alles, brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Ging ja alles nur um Geld. Wir werden jetzt im Laufe dieser Sendung eine ganz, ganz ausgezeichnete, zumindest im Sinne der Zuschauer, Dokumentation kennenlernen über den Kennedy-Mord, die ganz lange ist und die über eine Million Zuschauer hatte. Und die werden wir dann auch mal zerlegen. Das ist nämlich genauso eine Desinformation wie alles andere. Die Frage Cui Bono ist ja auch interessant, die ist nämlich lateinisch und die kommt ausgerechnet ungefähr bei dem Philosophen und Staatsmann Markus Tolius Cicero, also schon wieder jemanden aus dem römischen Reich, 80 vor Christus in seiner Verteidigungsrede für den Herrn Amerinus, wegen Mordverdacht. Deswegen kann man doch ganz sagen, okay, was also vor 2000 Jahren stattgefunden hat, als Frage, wem nützt es, ist heutzutage vielleicht auch eine Frage, die interessant ist, oder? Also, das ist die Geschichte dazu. Kommt als Quelle aus der lateinischen Bücherei The Latin Library, com Cicero, Sexpunkt, Rostpunkt und so weiter. Hubbeli blups. Und da habt ihr die Quelle hier. Putabat, Identitem, Incausis, Quarere, Solibat, Cui Bono, Fuise. Das könnt ihr euch selber übersetzen. Ihr habt da jetzt die Quelle. In der Moderne ist das Prinzip, bei der Frage nach persönlicher Verantwortung, nach dem Nutzen zu fragen, aus Kriminalistik, politischer Analyse und Geschichtswissenschaft nicht mehr wegzudenken. Und alle drei haben wir hier vertreten. Wir haben einen Kriminalfall, wir haben einen Kriminalfall in der Politik und wir haben einen Geschichtsfall. Besser geht nicht. Das Problem ist, es gibt einen Fehlschluss, der heißt Cum hoc ergo propter hoc, dass man bei dem gleichzeitigen Vorhandensein eines Interesses, also eines Motivs sozusagen, und eines Ereignisses, das diesem Interesse dient, nicht auf die Kausalität des Ereignisses geschlossen werden kann, da es ja auch andere Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel. Zum Beispiel wegen Terroranschlägen 9-11. Da wird man nie drauf kommen, dass die amerikanische Regierung davon profitiert hat. Das wäre völlig abwegig, weil das eben dann letzten Endes nicht zwangsläufig sein müsse, dass sie in den Anschlägen stecken müsse. Es gilt genau zu sein. Jemand, der sich dabei auskennen sollte, ist er hier. Der Herr Peter Scholler-Thur, ich kann jetzt nicht in den Reihen gehen, ein Jesuitengeschulter, sehr, sehr weit bekannter, altgedienter Journalist, der vor ein paar Jahren verstorben ist, ein ausgewiesener Naust-Experte, der auch im Krieg gedient hat, und so weiter und so fort, der hat gesagt, zumindest ein Zitat, was ihm zugeschrieben wird, wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung, insbesondere der medialen Massenverblödung. Wir reden jetzt hier von Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen, Internet, Smartphone und so weiter. Also, er sagt, wenn Sie sich einmal anschauen, wie einseitig die hiesigen Medien von Taz bis die Welt über die Ereignisse in der Ukraine berichten, dann kann man wirklich von einer Desinformation im großen Stil berichten, flankiert von den technischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Macht gut, dass der jetzt hier nicht ausgeführt hat von wegen Morphing und Editing und so weiter und so fort. Das gab es auch beispielsweise oder ist zumindest höchstwahrscheinlich im Falle des damals den Mord filmenden Abraham Sapruder. Und es gibt ja noch andere Menschen, wie der Orwell Nix zum Beispiel, der da auch einen Film gedreht haben. Ich habe mich also mit Kennedy jahrelang immer so nebenbei ein bisschen beschäftigt, weil ich gesagt habe, das ist sowas von Blödsinn, was da oft erzählt wird. Also nochmal zum Peter Scholler-Tour. Er sagt, die technischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters darf man nicht unterschätzen, den Satz. Dann kann man nur feststellen, dass die Globalisierung in der Medienwelt zu einer betrieblichen Provinzialisierung geführt hatte. Also eigentlich, was er damit sagen will, ist letzten Endes, dass alles manipuliert ist. Beispiel. Der darf oder durfte damals was sagen. Warum? Der Mann hatte tolle Verbindungen. Der Mann war Programmdirektor beim Westdeutschen Rundfunk gewesen für zwei Jahre. Habe ich im Kopf jetzt 1969 bis 1971 zum Beispiel. Der Mann hatte Verbindungen bis ganz nach oben. Hallo. Der weiß genau, was der sagen darf und nicht sagen darf. Und das, was er sagen hätte können, das hat er natürlich nicht gesagt. Aber immerhin hat er ab und zu mal was gesagt. Zum Beispiel hier in dem Fall. Peter Scholler-Tour, die Wahrheit über 9-11 und Al-Qaida. Damals das große Schreckgespenst, wo alle vor Angst hatten, wann kommen Anschläge hier und wie kann man uns schützen und jeder Bärtige könnte ein Täter sein und zu einem ganzen Blödsinn. Gab es hier ein Streitgespräch in Phoenix. Natürlich nicht. Wenn ich Tage schau, 20 Uhr, da wird man die Menschen nicht beunruhigen. Zwischen Gerd Weißenkirchen, SPD-Außenpolitischer Sprecher und dem Peter Scholler-Tour über die Geschichte, eben genau, 9-11 und Al-Qaida. Und der Herr Weißkirchen sagt, Mensch, also wenn Sie das alles so behaupten, dann hat ja der ganze Welt Sicherheitsrat gelogen und Peter Scholler-Tour antwortet ihm da schon sichtlich erbost oder hat eine gute schausprerische Leistung. Ja, tut er doch dauernd. Wie naiv sind Sie denn? Also der Peter Scholler-Tour sagt, dass der ganze Welt Sicherheitsrat gelogen hätte. Das wird man, das ist jetzt etwas mehr als 10 Jahre alt, dieses Zitat, glaube ich, wird man, glaube ich, heute nirgendwo mehr finden, so eine Aussage. So verengt hat sich auch der Debattenraum. Darf man ja nichts mehr sagen. Nochmal zurück. Wem nützt es? Wem nützt es? Es ist also völlig egal, hat ja einer auch geschrieben, ich bitte um Auskunft, wessen Auftrag Osborn gibt es nicht. Der Mann heißt immer noch Oswald. Und in welchem Auftrag der Nachtclubbesitzer eben den Herrn Oswald erschossen hat. Das ist wichtig. Und nicht, was da jetzt gewesen ist. Also soviel mal zur Kennedy-Verschwörung. Erstmal jetzt. Da kann man sich jetzt, alle stürzen sich nur auf den Punkt, wer hat geschossen, wodurch ist er ums Leben gekommen und wie war genau der Tathergang. Über die Hintermänner und über die Politik oder irgendwelche anderen Dinge, die dazu geführt haben, jemand so Berühmtes aus dem Weg zu räumen, was ja letzten Endes eine viel spannendere Geschichte ist als ein paar Sekunden, die letzten Sekunden im Leben eines Politikers. Da werden wir drauf eingehen. Wir werden gar nicht so über diese Tat selber sprechen, sondern über die Hintergründe. Also, wir haben jetzt schon festgestellt, dass es über Kennedy eine ganze Menge Bücher gibt, die uns versuchen zu erklären, wie die Wahrheit aussieht. Die sich aber fast immer nur auf diese in Anführungsstrichen oberflächliche Tathergangsszenerie beschreiben. Ob jetzt der Oswald Kommunist war oder ob jetzt jemand einen Regenschirm gehoben hat und solche ganzen Sachen. Wenn man sich jetzt aber mit beschäftigt, so wie Sie gerade, die diese Sendung gerade eingeschaltet haben oder wie wir jetzt gerade, die die Sendung hier gerade moderieren, dann sind wir natürlich was? Wir sind ein Verschwörungstheoretiker, weil wir sind ja einer Verschwörung auf der Spur. Wir haben in der letzten Sendung gesagt, dass der Großteil der Amerikaner alleine schon normalerweise ja davon ausgeht, dass es eben nicht so war, wie der offizielle Bericht es ausgeschildert hat. Okay, also sind wir alle in einem Boot Verschwörungstheoretiker mit dem Großteil der Amerikaner. Fühlt man sich da direkt schon besser, oder? Wir sind nicht nur acht Menschen in einem Boot, wie in der Bibel, in der Archäuers, sondern wir sind in dem Moment, sind wir jetzt mal ausnahmsweise, sind wir in der Mehrheit und die Mehrheit hat ja in der Regel nie recht. Die Frage ist, wer hat denn recht und vor allen Dingen, was hat das alles hier mit der Bibel und so weiter zu tun? Versuchen wir uns, die Geschichte nochmal anders anzunähern. Was passiert denn, wenn ich eingebe, ich kenne die Verschwörungstheoretiker, dann müsste ich doch jetzt letzten Endes jetzt alle möglichen Leute verungdimpft werden, die jetzt in irgendeiner Art und Weise, so wie wir oder wie Sie, da draußen sich jetzt mit der Thema beschäftigen, oder? Habe ich gedacht, aber weit gefehlt. Gebe ich ein, bei Kennedy Verschwörungstheoretiker, kommt ein Kennedy. Also ein Kennedy ist ein Kennedy Verschwörungstheoretiker. Das ist der Robert Francis Kennedy Jr., 1954 geboren, ein amerikanischer Rechtsanwalt. Okay, das ist tatsächlich hier die Ergebnisseite von Google, heute. Heute hier und heute, 28. Oktober. So, dieser Robert Francis Kennedy Jr., auch RFK Jr. oder Bobby Jr. genannt, ist ein amerikanischer Rechtsanwalt, also der Mann sollte etwas von Rechts und Justiz verstehen, ein Umweltaktivist, ist ja bis jetzt auch positiv, ein Autor, völlig wertfrei, und jetzt kommt es, ein Impfgegner. Oh, deswegen habe ich auch hier direkt die Schrift Art Schiller genommen, damit man direkt sieht, oh, das geht gar nicht. also Verschwörungstheoretiker und Impfgegner. Impfgegner ist ein Kampfbegriff. Da wertet man jemanden ab, da benutzt man einen Kampfbegriff. Gegner ist Kampf. Wenn man mit jemandem argumentiert, ja, dann hat man andere Positionen und so weiter, aber Impfgegner ist direkt ein Kampfbegriff. Finde ich zumindest. So, er ist das dritte Kind von Robert F. Kennedy, dem Bruder von John F. Kennedy und Ethel Kennedy, sowie der Neffe des 35. Präsidenten des Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy. Impfgegner bezeichnet allgemein Ablehnung von Impfungen. Impfgegner werden Personen genannt, die Impfungen aus sehr verschiedenen Gründen ablehnend gegenüberstehen. Aber Gegner bezieht sich ja normalerweise auf einen Kontrahenten. Also ist ja so und so, als wenn man den Menschen, die da ablehnend gegenüberstehen, schon eine militante Absicht unterscheidert im Motto, oh, das sind die Leute, da musst du dich vorhin verhüten. Genau wie Verschwörungstheoretiker. Da musst du dich verhüten. Ja. Deswegen gibt es andere Geschichten hier bei Wikipedia, die genau über Impfgegner handeln. Und da wird jetzt hier beispielsweise gesagt, die von grundsätzlichen Impfgegnern vorgebrachten medizinischen Argumente sind wissenschaftlich widerlegt. Insofern handelt es sich um eine Form der Wissenschaftsleugnung oder sie sind unbelegt. Also Wissenschaftsleugnung würde jetzt implizieren, dass es eine Wissenschaft gibt und die immer recht hätte. Wie oft hatten wir da schon, dass die Wissenschaft sich geirrt hat? Wir haben ja heutzutage ein Konglomerat von Ideen oder von Theorien. Relativitätstheorie oder Evolutionstheorie oder Verschwörungstheorie. Also eine Theorie ist doch so lange eine Theorie, bis sie bewiesen wurde, oder? Also sind bis heute noch die Evolutionstheorie und auch die Relativitätstheorie unbewiesen. Sie sind es. Lasse ich mich jetzt hier wirklich jetzt nicht auf einen anderen Standpunkt ein, denn ich habe mich da oft genug mit beschäftigt. Wissenschaftsleugnung ist eben ein gesellschaftliches Phänomen, das wissenschaftlich unstrittiges Wissen, wo soll das denn sein? Die Menschen hier wissenschaftlich unstrittiges Wissen, muss man sich mal vorstellen, ist, diese Menschen sind allmächtig, die machen keine Fehler. Ja, die sind Gott. Die Wissenschaftler sind Gott. Die spielen Gott. Sind ja schon Halbgötter, wenn man sich um Ärzte bezieht, aber die sind Gott. Unstrittiges Wissen. Darf also gar nicht hinterfragt werden, so wie der Herr Wieler dann sagte. Das ist nämlich unstrittig. Einer setzt fest, der hat die Autorität und so weiter und so fort. Also Wissenschaftsleugner. Die WHO, eine private Veranstaltung, zählt die aus verschiedenen Gründen bestehende Impf-Zurückhaltung zu den zehn wichtigsten Gefahren für die Gesundheit der Menschheit. Ihr wisst, warum ich das jetzt hier grün mache. Es ist eigentlich genau umgekehrt, meiner Meinung nach und unserer Meinung nach, aber ist halt so. Wenn ihr da euch ein bisschen schöner ausdrücken wollt, gibt es den Begriff der Impfskeptiker. Diese sind häufig medizinisch ausgebildet. Das ist ja interessant. Also die Skeptiker gegen eine Impfung sind häufig medizinisch ausgebildet. Oh, dann werden wir doch mal versuchen, rational da ranzugehen, oder? Mhm. Sie vertreten differenzierte Ansichten. Gut, aber er ist also der Gegner der Impfung. Hier, der Robert Francis Kennedy Jr. So, um den Mann geht es im Augenblick. Das ist ein Kennedy. Sein Vater war Bruder des amerikanischen Präsidenten, auf den 1963 ein tödliches Attentat verübt wurde. Auf Roberts Vater folgte ebenfalls ein tödliches Attentat, als dieser 1968 als demokratischer Kandidat für die Präsidentschaft warb und laut Meinung vieler der aussichtsreiche Kandidat gewesen ist. So, der Mann hat also mehrere Todesfälle in seiner Familie zu beklagen, aufgrund der politischen Funktion seiner Familienmitglieder. Das sind politische Morde. Da kann man ja mal einwandfrei, das war jetzt hier kein Taschenräuber, der abends irgendjemand im Park aufgelauert hat oder so. Das sind politische Morde. Es ging sich einmal um den Präsidenten und einmal um den Präsidenten-Anwärter. Das sind politische Morde, ganz klar. Seine Mutter hat die Menschenrechtsorganisation Robert F. Kennedy Human Rights gegründet, da kommen wir auch später dann zu. Und er hat eine ganze Menge Geschwister. Er hat besucht die Georgetown Preparatory School, die Vorbereitungsschule hier, eine Jugendschule in Maryland, Georgetown, hallo, eine Jesuitengeführte Universität und Georgetown hat sogar noch eine Preparatory School. Interessant. Er hat einen Abschluss bei Harvard, auch klar warum. Und er hat wie die meisten Mitglieder der Familie Kennedy an der London School of Economics studiert. Interessant. Und er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaft. Also der kann nicht so ganz dämlich sein. Er ist genauso wenig dämlich wie George W. Bush. Hat er wohl Drogenmissbrauch mal gehabt, einen Ziehenskur gehabt und sein Nieuhrbruder starb bei einer Überdosis Kokain. Wir wollen auch nicht wissen, was andere Politiker auch in Deutschland so zu sich nehmen. Wer da so Zweifel hat, schaue einfach mal zu der Partei der Grünen oder zu der jetzigen Diskussion. Okay? Das ist ja auch alles fließend. Der Sigmund Freud hatte auch mit Kokain zu tun. So, Kennedy unterzeichnete den Aufruf für die Kirche und die Welt, der eine Gruppe um Erzbischof Carlo Maria Viganu am 7. Mai 2020 verfasst hatte und wo eben Zusammenhang mit der sogenannten Pandemie die Rede davon war, dass Kräfte daran interessiert seien, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Genau. Um eben die Menschen besser zu manipulieren und zu kontrollieren. Und einer gegen eine Politik der drastischen Bevölkerungsreduzierung wurde gewarnt. Es wäre ein Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung. Und von allen Leitmedien wurde das natürlich zurückgewiesen, unter anderem auch von der Deutschen Bischofskonferenz. Alles Verschwörungstheorien. Klar, sind auch nicht bewiesen. Sind dann bewiesen, wenn sich die ganzen Sachen hier oder teilweise oder vollkommen als wahr herausstellen würde. The New York Post hat einen Artikel über ihn geschrieben und der ist nicht positiv gewesen. Ist eine konservative Boulevardzeitung aus New York und eine der ältesten Tageszeitungen der Vereinigten Staaten. Sie wird heute von der mit Rupert Murdoch assoziierten News Corporation herausgegeben. Mit 300.000 Exemplaren ist sie auf Platz Nummer 7 damals vor 8 Jahren. Und insgesamt ist sie jetzt auf Nummer 4. Also ein ganz großes Ding. Von dem da Keith Rupert Murdoch KCSG päpstlicher Ritterorden. Schön von Associated Press. Ein offizielles Organ. Kommt der also nicht mehr raus. Ist ganz einfach sein offizieller Titel. Der Mann, der sofort... Auch des Heiligen Gregorius sicher, glaube ich, ne? Ja. Sacred Gregorius, ja. Night Commander of Sacred Gregorius, ja. Und Malteser Ritter. Alles, alles zusammen. Ja. Eigentümer des kompletten Fox-Netzwerks. Ja, wir hatten den auch schon mal mit seiner Ehe mit Jerry Hall bemüht. Ich weiß aber jetzt nicht mehr ob bei David Bowie oder bei Queen, aber ich meine bei David Bowie oder so kam er vor. Aber ich hatte keine Zeit mehr das rauszukramen. Also in der satanischen Medienagenda oder Musikagenda ist er dann auch schon aufgetaucht. Also ein richtig reicher Mensch, 22 Milliarden Dollar schwer in diesem Jahr. Der 31 reichste Mensch in den Vereinigten Staaten. Dem gehört dieses Blatt. Night Commander of the Order of St. Gregory. The Great. Ja. Durch den päpstlichen, päpstliche Ehre von Papst Johannes Paul II. Natürlich, ne? Mit einigen anderen. Mit Roy Disney und Bob Hope. Bob Hope war da, glaube ich, derjenige, der auch so kinderlieb war. Gut. Jetzt machen wir weiter. Also, es gibt der Greg Anthony zum Beispiel, hat verschiedene Sachen gemacht über die jesuitische Verbindung zu den Knights of Malta. Die wir ja genau wissen. Wir wissen ja, wer die Knights of Malta sind. Also die Malteser-Ritter sind nichts anderes als die, ja, wie soll man mal sagen, die Erledigungstruppen im Praktischen für die spirituellen Ideen der Jesuiten oder der katholischen Kirche im Allgemeinen. Das sind eigentlich früher die kämpfende Truppe gewesen. Ja, und heutzutage halt alle möglichen militärischen Positionen und mit natürlich ja auch jetzt in Media-Operationen, Media-Psy-Ops, Media-Ops vertreten. Also Media-Operationen, um beispielsweise die Bevölkerung entweder in Sicherheit zu wiegen oder halt auf den Krieg einzustimmen und solche ganzen Geschichten. Die Bevölkerung wird ja massiv durch Medien manipuliert. Und das ist dann einer der Jobs von dem Herrn Murdoch beziehungsweise von ihm und seinen natürlich hunderten Stellvertretern und so weiter. Rupert Murdoch links und Kardinal Edward Egan einem Alfred E. Smith Dinner in New York. Alfred E. Smith, der erste katholische Kandidat für die Präsidentschaft in den 30er Jahren. Deswegen führt die katholische Kirche, zumindest in den amerikanischen Staat, eben immer so ein leckeres Essen in New York auf. Zu Ehren dieses, wie soll man sagen, Ersten, der da jetzt Präsident werden wollte. Was ja dann letzten Endes später mit Kennedy geklappt hat. So, und da seht ihr jetzt hier mal ein Bild. Interessant beispielsweise ist ja die Farbgebung von dem Herrn Egan. Das spart uns auch eine ganz Menge Recherchen, oder? Hm. Interessant alles, oder? Ich finde es eigentlich so eindeutig und man weiß also ganz genau auch, wer da der mächtige Mann ist im Bild. Nicht der, der sitzt. Definitiv. Gut. Warum ich den jetzt benannt habe, ist ganz einfach. Hier habt ihr, also offiziell sei nie zum Katholizismus und bla bla bla, hier habt ihr ein Bild von dem Herrn Murdoch mit dem Präsidenten John F. Kennedy und Zell Rabin im Oval Office in 1961. Zwei Jahre, bevor Kennedy ermordet wurde. Also, die kannten sich. Die kannten sich deswegen, weil das von der John F. Kennedy Seite kommt, beispielsweise dieses Bild. John F. Kennedy besucht Rupert Murdoch, auch Herausgeber von News Limited of Australia. Ein Medien-Tycoon. Also, diese Menschen haben ganz gewisse Funktionen, die nicht nur politisch erklärt werden können. Sie sind keine normalen Zeitungsherausgeber und wenn er dann irgendwann später in den 90er Jahren zum Ritter geschlagen wird, ist das letzten Endes dann nur die offizielle Geschichte von der Mission, sage ich jetzt einfach mal so ganz unverblümt, in der diese Menschen eigentlich zeitlebens irgendwo unterwegs sind. Ist ja nicht so, als wenn die von heute auf morgen dann plötzlich entdeckt haben, ich möchte Ritter werden, sondern um Ritter zu werden oder zum Ritter geschlagen zu werden, musst du ja vorher schon eine gewisse Dinge gemacht haben. Wenn du jetzt mal ganz simpel überlegst, im Mittelalter, um da als Ritter geschlagen zu werden, dann musst du doch erst mal irgendwie dich bewiesen haben, dass du überhaupt fähig bist, tauglich bist oder Kämpfe gewonnen hast oder loyal bist und so weiter und so fort. Könnte da nicht einfach irgendjemand sagen, Mensch, du kommst von einer tollen Familie und du siehst gut aus, du kannst dich gut anziehen, die schlagen jetzt mal zum Ritter. Nein, das muss doch erst mal vorher, muss doch irgendwie etwas, das hat man doch schon als Kind, oder? So Mutproben oder so. Ich sage jetzt doch nicht, dass der etwas mit der Ermordung zu tun hat, ich sage doch nur mal, das ist doch interessant, dass auch ein Rupert Murdoch mit John F. Kennedy damals schon zu tun hatte. Ich meine, da kann man jetzt nicht in jede Ecke reingehen. Ja, aber den Ausschnitt habe ich hier gefunden und das würde dann auch nahtlos zur letzten Sendung mit anschließen, ein Auszug aus William Cooper Behold a Pale Horse, wo gesagt wird und das ist also hier dieses Zitat, das ich hier jetzt gefunden habe, das ist also tatsächlich auch aus diesem Buch, auf Seite 87, zumindest in meiner Ausgabe, und er sagt, die Malteser Ritt ist eine weltweite Organisation, die eben durchwoben ist in Geschäft, in Banken, Politik und der CIA, anderen Geheimdienstorganisationen, der Propaganda, Due, Religion, Erziehung und Ausbildung, Gesetz, Justiz, Militär, Thinktanks und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Einer der ältesten Zweige und das ist letzten Endes dann eben nur mit der Zustimmung des Papstes möglich und sie haben ihre eigene Verfassung, sehr logisch, sie sind ja auch in dem beispielsweise eine UN vertreten als observierendes Mitglied da. Ja, das ist eine richtige Organisation, das ist ein richtiger Staat im Staat, wenn man so will. Ja, die Knights of Malta haben zusammen mit dem Vatikan den Ausnahmestatus in den Vereinten Nationen. Moment, was hat eben der Peter Scholler-Tur gesagt? Der muss es ja wissen, der hat gesagt, der Welt-Sicherheitsrat lügt dauernd. Interessant, wenn man das alles mal zusammensitzt, oder? So, die Knights of Malta sind, die Malteser-Ritter sind eben auch kraftvolle und mächtige Mitglieder des Council of Foreign Relations und da haben wir dann genau wen, da wird er dabei, ja, den Herrn Brzezinski mit seinem großen Schachbrett der Trilateralen Kommission. Da haben wir doch, wir haben doch die ganzen Leute immer zusammen, das ist doch alles ein kleiner Club und ihr und wir gehören nicht dazu. Ja, wenn du so über die Malteser-Ritter sprichst, wir haben ja auch einige Leute, die sprechen ein bisschen Englisch. Ich habe dir dann natürlich Abspielliste geschickt von Nothing But The Truth, das ist ja meine erste englischsprachige Serie und da ist eine Folge drin, müsstest du mal gucken, ich glaube, musst du ein bisschen runterscrollen, das ist, glaube ich, am Anfang irgendwo gewesen, über die Malteser-Ritter. Hier, Hour of the Truth, the Power of the Sovereign Military Order of Malta. Ja. Zwei Stunden und irgendwas lang und die Links da drin, wenn du mal aufklappst und da mehr sehen, die Links da drin sind auch sehr interessant und da ist diese eine Webseite, Bibliotheca Pleiades da oben. Das ist ein Irrerbrunnen, wo man unglaublich viel über die, übrigens hier, John F. Kennedy, Ja, wir können es mal direkt übersetzen lassen, interessanterweise auch in Deutsch, ne? Gibt es das in Deutsch? Ja, du kannst es direkt übersetzen lassen, automatisiert. Ach so, ja, du kannst, ja, okay, das mache ich nie, aber ja, okay, das kann man wohl machen, Ja, anders Denkende werden zum Schweigen gebracht und nicht belobt, keine Ausgaben werden in Frage gestellt, kein Gerücht gedrückt, kein Geheimnis gelüftet. Rede der Geheimgesellschaften, aber wir kommen ja noch bald dazu, zu dieser Rede, oder zu einer Rede von ihm, Ich meine, ich habe das damals ein wenig recherchiert, also wirklich nur ein wenig und habe diese über zwei Stunden lange Sendung gemacht und was da alles, man sieht es ja hier, die Vereinten Nationen, NATO, Europäische Kommission, Rat für Auswärtige Beziehungen, also CFR in Amerika, die verschiedenen Zentralbanken, große Konzerne, Geheimdienste und sowas und natürlich im ganzen Bankenwesen haben die Malteser Ritter ihre Hände. Die Malteser Ritter sind, sage ich mal so, ich glaube, so kann man das eigentlich ganz gut den Leuten deutlich machen, die da nicht so bekannt mit sind. Die sind die offizielle Seite der Jesuiten. Also wo die Jesuiten im Verborgenen arbeiten, arbeiten die Malteser Ritter im Offenen. Man sieht sie viel leichter, weil wie gesagt, die sind ein eigener Staat. Die haben Botschaften in anderen Staaten und so weiter. Und die kontrollieren das Finanzsystem. Weil wir wissen ja, dass die Juden das Finanzsystem nicht kontrollieren, weil in der jüdischen Enzyklopädie steht ja geschrieben, dass die Rothschilds nichts weiteres sind als die Wächter des Vatikanschatzes. Der Wächter ist eine Person, der Eigentümer des Schatzes eine andere Person. Und also wer sich ein bisschen mit dem Malteser Ritter beschäftigen will, dem kann ich nur raten, schaut euch mal das englischsprachige Video an, das ich glaube ich vor, ich weiß nicht, wir haben jetzt 2021, vor wann habe ich das gemacht, vor sieben Jahren, schätze ich mal ungefähr. Ich weiß nicht, müsste irgendwann, ich glaube 2014 oder so, müsste ich das Video gemacht haben. Ja, am 24.01.2015. Genau. Also fast sieben Jahre ist das her. Genau. Ganz einfach. Also, wenn du schon so viel über Malteser Ritter sprichst, Entschuldigung, da muss ich mal eben, lass uns das mal eben Ich wollte das eigentlich auch nur streifen, weil die Verbindung jetzt zu Kennedy ist ja interessant. Normalerweise hat man ja den Kennedy ist ja Nein, nein, noch nicht verraten. Achso. Ja, Kennedy, ja gut, komm, Kennedy war auch Ritter, ne? Dann verraten wir es eben nicht. Dann verraten wir es eben nicht. Okay, gut. Aber es gibt ja eine wichtige Zusammenarbeit oder ein wichtiges Gleichnis zwischen diesen beiden Orden. Und das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist dann. Ich falle dir jetzt auch nicht weiter ins Wort. Nein, alles gut, alles gut. Ich finde ja interessant, die Sendung da zu. Ich habe die Sendung selber ja auch mal gehört, vor Jahren. Also, die Zeitung von Rupert Murdoch, New York Post, schreibt über den Herrn Kennedy Junior, einer der blödesten Kennedys. Schreiben die einfach so. Die Maureen Callahan, die nimmt da kein Blatt von den Mund, warum auch. Die ist ja so viel bekannt für ihre große Klappe sozusagen. Die sagt, dass ein Anti-Impfer, ein Verschwörungstheoretiker, und der sammelt auch noch Tiere, der absolut dämlichste Kennedy. Kann man nicht besser übersetzen. Natürlich auch ein Bild, wo der den Mund aufmacht. Das ist immer schön unvorteilhaft zeigend. Absolut blödeste Vollidiot. Hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt, der wirkliche Antony Fauci heißt Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg über Demokratie oder gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit. Ist ja auch egal. Warum zeigt man nicht irgendwelche netten Bilder von irgendjemandem? Warum zeigt man natürlich immer solche blöden Bilder von irgendjemandem? Hier habt ihr jetzt John F. Kennedy und seinen Sohn. Das ist jetzt nicht der, über den wir gerade reden. Aber das sind beispielsweise so Bilder, die hätte man auch mal zeigen können, um zu zeigen, wer der ist. Und Kennedy, da gibt es ja ganz viele Kennedys. Auch die Ex von Arnold Schwarzenegger war ja auch eine aus dem Kennedy-Clan sozusagen. Und diese Maureen Callahan, da braucht man gar nicht reinzugehen, da gibt es gar nicht viele Sachen zu und so weiter, aber die schreibt also immer nur so etwas. Sie schreibt also genau über solche Sachen und ganz schlimm, ganz schlimm. Zum Beispiel hier so Idioten und Frauenfeindliche Idiot und dies und jenes und sie fragt ja ganz einfach, wieso kriegt dieser Kerl überhaupt nur eine Plattform? Der wirklich der absolut prominenteste Impfgegner der Linken und bla 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 und so weiter und so fort und er hätte auch mal irgendeinen Fall gehabt, stimmt hier, er hat ein neues Buch und der hatte auch mal irgendeinen Mord und so weiter und so fort und ein Verbrechen, für das sein Cousin verurteilt wurde und eine Verurteilung, die er erfolgreich aufheben wollte und das wird alles Argument gegen die Person, Argumentum ab hominem. Er ist sein Job, der ist Anwalt übrigens und ist auch kein Richter. Er kann auch nicht sagen, das werde ich jetzt hier aufheben, sondern er kann es ja gar nicht entscheiden. Also das ist alles Schmierenjournalismus. Wir dürfen erst mal nur davon ausgehen, sein Vater ist ermordet worden und sein Onkel ist auch ermordet worden. Was glaubt ihr denn, welche Welt sich dieser Mensch hat, wenn euer Vater und euer Onkel jeweils im Amt erschossen wird? Hallo? Glaubt ihr, ihr seht die Welt dann völlig naiv und sagen, ja, ich mach mir jetzt auch im Fahrrad, mach ich mir so Blümchen drauf und alles ist ganz toll und ich hör den ganzen Tag irgendwie Kindermusik und dann klatsch ich in die Hände und alles ganz toll und pflück mir abends meine Erdbeeren oder wie? Natürlich kommt dieser Mensch aus einem ganz weltberühmten Clan, natürlich ist das ein Machtmensch, natürlich hat der Mensch gute und schlechte Seiten, aber wenn der nicht Verschwörungen wittert, ja wer denn dann? Seine ganze Familie hat damit zu tun und nicht nur die, sondern auch sein Cousin, wenn ich jetzt so die Familienhistorie richtig benutze und zwar John F. Kennedy Jr., das ist nämlich genau derjenige, den ich eben hier gezeigt habe, den ich jetzt hier nicht richtig eingekopiert habe, der jetzt hier am Händchen von seinem Vater John F. Kennedy, worum es ja eigentlich geht in dieser Serie, zumindest im weltlichen Teil, da steht, im Alter von, weiß ich jetzt nicht, drei Jahren oder zwei Jahren ungefähr, der steht da einfach so und sagt, das ist mein Papa, den hab ich lieb und meinen Papa, den haben die umgebracht, einfach so, mit dem haben wir nicht argumentiert, der hat kein Gerichtsverfahren gekriegt, ist nicht aus dem Amt enttoben, worden, die haben meinen Papa umgebracht und die haben nicht nur den Papa umgebracht, sondern aus der Sicht von ihm, von John F. Kennedy Jr., haben die auch seinen Onkel umgebracht, der der Vater von Robert Kennedy Jr., diesem ganz bösen Impfgegner ist, den haben die auch umgebracht und wisst ihr, was jetzt noch kommt? Das ist nämlich das, was mich dann immer wirklich nervt bei Kennedy, dass man letzten Endes überhaupt nicht merkt, dass es Menschen sind, das sind irgendwie alles immer nur Präsidenten und irgendwelche Zahlenwerte, jeder Mensch, der einem anderen einen Schaden zufügt, sieht überhaupt nicht das, was er in dem anderen Menschen und auch der Familie damit antut. Da scheint irgendwie keine Nächstenliebe zu sein. Dieser John F. Kennedy Jr., hier im fortgeschrittenen Alter, 1998. Der Mann ist gerade auch mal 39 Jahre oder 38 und ein paar Gequetschte geworden. Der war ein amerikanischer Jurist, genau wie jetzt der, ganz böse Impfgegner hier und ein Verleger. So, die Beisetzung seines ermordeten Vaters, John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, fand genau an seinem dritten Geburtstag statt. Weltbekannt ist das Foto JFK Jr., Salus, JFK, auf den er vor dem Sarg seines Vaters salutiert. Und wenn ihr jetzt nicht euch vorstellen könnt, dass diese Menschen ein Zeitlebnis natürlich dann auch ein entsprechendes Trauma mit sich herumsteppen und eine entsprechende Haltung mit sich herumsteppen, weil die gebrannte Kinder sind, was wäre denn, wenn euer Vater und euer Onkel jeweils erschossen worden wären? Ach, dann werdet ihr keine Verschwörungstheoretiker, dann würdet ihr alles glauben, was euch die Polizei und irgendjemand erzählt, ne? Also, nochmal, wir reden jetzt gerade in einem kleinen Exkurs über den Sohn von John F. Kennedy. Der war gewählt zum Sextiest Man Alive, der war sehr gut aussehend, war sehr beliebt, war natürlich sehr berühmt aufgrund seines Statuses und so weiter und der ist dann heiraten gegangen, 96, Carolyn Bissett, die genau wie Jackie Kennedy einer römisch-katholischen Familie entsprang und so weiter und wohltätige Zwecke und so weiter. 1999 stürzte ein von ihm gesteuertes Flugzeug mit seiner Frau und deren Schwester auf dem Weg zur Hochzeit seiner Cousine Rory Kennelly vor Martha's Vineyard ab einer Insel im Süden des Staates Massachusetts. Massachusetts ist da, wo John F. Kennedy vorher Gouverneur gewesen ist. Dabei kamen alle drei Insassen des Flugzeugs um Leben. Untersuchungen gaben Anlass zu der Vermutung, das ist kein Beweis. Kennt ihr diese als Pilot mit der Führung des Flugzeuges über dem offenen Meer bei mondloser Nacht und schlechter Sicht aber fordert gewesen? Wenn ich jetzt mir die FAZ überlege, die wird wahrscheinlich wieder erzählen, dass der Mond schuld ist. Ja, jetzt mal Spaß beiseite, ist wirklich kein Spaß. Also aus der Sicht unseres ganz bösen Impfgegners, Robert Kennedy Jr. ist ja nicht nur John F. Kennedy ermordet worden und sein Vater ermordet worden, sondern auch weitere Mitglieder seiner Familie sind unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen. Beispielsweise hier der Sohn von John F. Kennedy. Ich hoffe, ihr schmeißt jetzt nicht die ganzen Kennedys durcheinander und ich hoffe, ich habe sie nach in der richtigen Reihenfolge. Naja, aber diese Journalistin jetzt hier, die schreibt über den Robert Kennedy Jr. die schreibt jetzt hier seine verstorbene Frau und so weiter, die eben durch Selbstmord gestorben ist. Also es ist unglaublich, was in diesen Familien alles passiert. Das sind keine normalen Familien, wo dann Opa friedlich einschläft anscheinend, sondern da passieren immer irgendwelche ganz komischen Fälle und Todesfälle auch. Und diese Journalistin macht sich darüber auch noch lustig. Sie vergleicht jetzt hier die Vakzine jetzt auch noch mit der magischen Kugel. Die magische Kugel, da werden wir noch später drauf zukommen, ist diese sogenannte Theorie, der Ein-Kugel-Theorie, die dann von der Warren Commission aufgestellt worden ist, dass eine einzige Kugel am 22.11.63 beim Attentat auf den Gronkh-Kennedy sieben Ein- und Austrittswunden verursachte. Die Kugel des Jahrtausends oder der Ewigkeit, das hat keine andere Kugel vorher geschafft und auch keine andere Kugel nach ihr wieder geschafft. Nur diese Kugel. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum der Großteil der Menschen heutzutage mit dem Kopf schüttelt und sagt, die wollen uns da verkaspern. Und wir gehen in diese Geschichte mit dem Attentat auch rein, ich verspreche es, aber im Augenblick noch nicht. Im Augenblick bitte noch nicht, weil wir schmeißen sonst alles durcheinander, wir müssen erstmal einen Grundstock haben. Und das ist auch nicht die tödliche Kugel im Augenblick, das wollte ich auch mal hier anmerken, ganz wichtig. Also nicht, dass ihr meint, das ist die Kugel, die hat uns gezeigt und weiter, nee, das ist eine Kugel, aber nicht die Kugel. Und die Kugel, die hier drauf ist, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit eh nicht die Kugel. Aber bevor ihr euch weiter hier in diesem komischen Interview, also schmieren Journalismus geht so, funkt der von einer anderen Galaxie und so weiter. Also wie gesagt, das ist überhaupt kein Journalismus hier, das ist eine Meinung, diese Meinung, die als Tatsache verkauft wird, so mit seiner verstorbene Frau und so weiter und so fort. Und Instagram hat eben den Mann hier auch schon gebannt und dann hat er später dann auch bei YouTube alles geschrieben bekommen. Da ist er dann auch in prominenter Gesellschaft, so, so wollte ich das so sagen. So und diese Reporterin schreibt jetzt folgendes. Auch der Attentäter seines Vaters, Sirhan Sirhan, ja, der wird von dem RFK Junior, diesem ganz bösen Impfgegner hier, beschrieben, wie eine andere Verschwörungstheorie, dass eben der gar nicht den Schuss abgefeuert hätte, den sein Vater umgebracht hätte, obwohl, und jetzt kommt die Begründung der Journalistin, die also, eigentlich müsste man jetzt hier ein Roffel einflügen, rolling on the floor, laughing, also auf dem Flur rollen, auf dem Boden rollen, vor Lachen, ja, obwohl er die ganze Welt das am Fernsehen gesehen hat. Darf ich mal eben darauf aufmerksam machen, dass die ganze Welt am Fernsehen auch Star Trek sieht oder die ganze Welt am Fernsehen auch E.T. guckt und das dann trotzdem nicht echt ist, ne? Also man kann am Fernsehen alles zeigen und was sagte der Peter Scholler-Tour-Eingangs der Sendung auch noch, wir haben eine verblödete Medien-Massengesellschaft, wir werden nur noch verblödet. Das ist die absolut lustigste Aussage, die ich bis jetzt gesehen habe in diesem Skript, obwohl die ganze Welt das doch auf dem Fernseher gesehen hat, dass der die Schüsse abgefeuert hat, hat die ganze Welt gesehen, klar. Abgesehen davon, der kleine Junge in China hat es wahrscheinlich nicht gesehen, der war da noch gar nicht, der war da zu klein, also das ist eine völlig blöde Aussage, aber nur mal eben zu der Logik jetzt hier der Presse heutzutage im Falle von Kennedy und Umgebung, ist ja auch ein Kennedy hier, ist der etwas unbekanntere Bruder von Kennedy. Also so viel dazu, kam doch auf Fernsehen, muss doch wahr sein. Den Herrn Paul könnt ihr nicht mehr fragen, der ist nämlich kürzlich verstorben und am Anfang wurde auch erzählt, dass also diese Dose mit diesem Zeugs innen drin, je nachdem was da drin ist, man kann ja nicht sehen, was da drin ist, das ist ja total durchsicht, da könnte ja alles drin sein, dass da etwas drin ist, was hilft. Inzwischen hat man dann festgestellt, dass da etwas drin ist, was nicht allen hilft und je länger die Geschichte weiterkocht, stellt man fest, dass da was drin ist, was eigentlich einigen Menschen schadet. Soviel mal eben zu der Wissenschaft, die sich völlig einig ist. Oder hier beispielsweise, Der von der amerikanischen Führung verbreitete Hergang der Festnahme und der konkrete Zeitpunkt wurde von Saddam Husseins Anwalt wie auch von ihm selbst bestritten. Der ehemalige amerikanische Soldat Nadim Abu Rabi sagte im März 2005, dass die Szene mit dem sogenannten Erdloch gestellt worden sei, Saddam Husseine in einem Haus gelebt habe und die US-Soldaten bei der Festnahme auf Widerstand gestoßen seien. Soviel mal eben zu der Begründung der Journalistin, hat doch die ganze Welt am Fernsehen gesehen. Ja, die ganze Welt hat auch am Fernsehen gesehen, wie der John F. Kennedy erschossen worden ist. Aber da hat man trotzdem nicht gesehen, wer der Mörder war, oder? Warum rätselt man heute noch? Aber bei seinem Bruder jetzt hier, bei Sirhan Sirhan, da hat man natürlich gesehen, klar, der steht vor dem Präsidenten, der schießt und der Präsident ist tot. Ist doch ganz simpel. Ist doch klar. Ist doch wirklich simpel. Einfacher kann man es mehr machen. Wenn da nicht Sachen wären, wie beispielsweise, nur mal als Beispiel, hat das nichts mit John F. Kennedy oder Robert Kennedy zu tun, es gibt Doppelgänger. Der Spiegel.de schreibt in seiner Ausgabe von 2002, dass Saddam Hussein offenbar bei öffentlichen Auftritten mindestens drei Doppelgänger hat. Nach ZDF-Recherchen sind die Männer auch durch Operationen im Diktator-Täuschen eh nicht gemacht worden. Ja, was ist denn jetzt hier die Verschwörungstheorie? Das, was offiziell... Ja? Nicht nur Saddam Hussein, Michael, sondern auch Osama Bin Laden. Ja, aber was ist jetzt hier die Verschwörungstheorie? Ich hoffe, dass ich jetzt den Namen richtig treffe. War es die Premierministerin oder was von Pakistan, Benazir Bhutto? Genau, haben wir in der letzten Folge bei William Cooper benannt. Die 2001 in einem öffentlich im Fernsehen gesagt, und das kann man immer noch finden, glaube ich, Osama Bin Laden ist schon lange tot. Ja. Und vor ein paar Jahren, wann war es, 2012 oder was, haben sie doch da so eine große Fernsehshow von gemacht, ein Haus gestürmt und dann ihn ganz schnell auf See begraben und solche Sachen. Weil wir haben es ja im Fernsehen gesehen. Genau. Die Frage ist doch jetzt, Jörg, was ist denn jetzt der Verschwörungstheorie? Macht der Spielgericht gerade eine Verschwörungstheorie? Oder aber wenn das wahr ist, dann ist ja letzten Endes alles zu hinterfragen, was wir im Fernsehen sehen. Wir wissen ja gar nicht, ob das die Leute wirklich sind. Wir wissen ja noch nicht mal... Das war jetzt der interessanteste Satz des Tages, Michael. Alles, was wir im Fernsehen sehen, ist zu hinterfragen. Genau das ist es. Das ist es. Nichts, was im Fernsehen gezeigt wird, ist wahr. Es ist eine Illusion. Es ist eine Television. Da kannst du ja viel besser drüber sagen, weil da hast du ja viele Serien drüber gemacht. Ja, genau. Es ist alles manipuliert. Ja. Und es gab mal jemanden, der hat gesagt, in der Politik passiert nichts. Das war ein amerikanischer Präsident, glaube ich, Truman oder so, steht am Anfang von Herrscher des Bösen. In der Politik passiert nichts, was nicht vorher geplant ist. Ja. Nichts. Das heißt, im Fernsehen wird auch nichts gezeigt, was nicht vorher geplant ist. Ja. Ich meine... Dazu gehört auch die Berichterstattung der BBC am 11. September 2001. Da gehört alles dazu. Ich habe jetzt mir nur mal ein Beispiel, was mir im Kopf rumgeschwürt ist. Ich denke, Moment mal. Also alles, was uns erzählt wird, ja, das ist so gewesen und das ist dann sofort und die HW Auswahl und so weiter, ist alles, ist zu hinterfragen. Alles. Ohne Ausnahme. Alles. Ist zu hinterfragen in dieser Welt. Wenn doch schon selbst hier beispielsweise der Spiegel im Falle von Saddam Hussein zugibt, dass es eben Recherchen des Auslandsjournals ergeben hätten, dass Doppelgänger den Miktator täuschend ähnlich sehen und auch operativ an das Aussehen Saddams angeglichen worden seien. Ja, das ist ein offizieller Artikel. Der Zender zitiert sogar den HNO-A's und so weiter und so fort. Also das glaubt er gar nicht. Ja. Der Rechtsmediziner Dieter Buhmann hat angeblich die Doppelgänger bestätigt, ein vom amerikanischen FBI anerkanntes Verfahren entwickelt. Warum denn? Um Ausschuss oder die wahre Identität zu bekommen. Und er sagt, in den Filmsequenzen seit 1998 kommen jeweils nur noch die Doppelgänger zur Darstellung. Er selbst ist nicht mehr zu sehen. Also das ist Wahnsinn. Das ist Illusion. Und dann werden solche Menschen wie Robert Kennedy beispielsweise Junior, der jetzt hier natürlich überall wittert, dem wird natürlich unterstellt, er wäre bekloppt. Wobei die Welt ist bekloppt. Nicht der. Also er mag ja auch vielleicht ein bisschen bekloppt sein. Jeder ist vielleicht irgendwie etwas ein bisschen individuell. Ja. Aber, ne? Nur mal als Beispiel. Alle möglichen Leute, die um hier in Helmerun sind, sein Vater, nicht sein Bruder, sein Vater, sein Onkel, alle sind umgebracht worden. Die Familie Kennedy ist ein Clan. Das ist eine große Familie. Es gibt beispielsweise hier einen Zerstörer. Nach dem Bruder von John F. Kennedy, also dem älteren Bruder, der im Krieg gefallen ist, 1944 war das, was benannt worden ist. Da ist er. Das Ding heißt USS Joseph P. Kennedy Jr. Das ist ein Zerstörer. Das ist ein Kriegsschiff. Damit tötet man. Also das kommt mir nicht mit der Geschichte von wegen Kennedy wäre ein Heiliger und der wäre so lieb und der wäre so nett und der wäre immer so gut aussehen, toll angezogen. Das ist einfach ein Spiel. Ein politisches Spiel um Macht. Mehr ist da nicht. Ich wollte jetzt nur einfach sagen, Dinge, die bei Kennedy auftauchen, da muss man ein bisschen dahinter gucken, dann wird es also super interessant. Was wohl stimmt ist, dass er ermordet worden ist, aber Sirhan Sirhan kann auch geschossen haben und trotzdem kann er beispielsweise, nur mal als Beispiel, ich sage ja nicht, dass es so ist, aber nur mal als Beispiel kann er Platzpatronen gehabt haben. Also das Platzpatronen sind das, von dem beispielsweise Alec Baldwin dachte, dass sie in dem Revolver wären, mit dem er jetzt angeblich versehentlich jemanden erschossen hat auf dem Set vor einer Woche. Muss man ja auch alles glauben. Ich habe diese Dinge überhaupt nicht verfolgt mit dem Alec Baldwin. Ich habe mir nur eine Frage gestellt. Er soll einen Regieassistenten erschossen haben. Wieso ziele ich als Schauspieler mit einer Waffe, echt oder nicht echt, geladen oder nicht geladen, auf einen Regieassistenten anstatt auf einen anderen Schauspieler? Ja, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es gibt da verschiedene Dinge, aber für mich ist das nur mal ein Beispiel, wirklich zu nennen, alles, was uns verkauft wird als Wahrheit, kann nicht die Wahrheit sein, weil es einfach so abstrus ist, dass es überhaupt keine logischen Zusammenhänge gibt. Ja, also eine geladene Kugel hat nichts in einem Platzpatronen-Revolver zu suchen und eine Platzpatrone hat nichts in einer scharfen Waffe zu suchen in der Regel. Das heißt, das, was da passiert ist, müssen wir erstmal so glauben, wir kommen aber noch später, später in Robert Kennedy rein. Wikipedia sagt zu Kennedy, also zu dem Robert Kennedy Junior hier, Wikipedia sagt über die Verschwörungstheorie, über den Mord an Robert Kennedy, also dem Vater von Robert Kennedy Junior, logischerweise, also den Senior jetzt hier, es gäbe zahlreiche Verschwörungstheorien, von denen viele besagen, dass Sirhan nicht aus eigenem Entschluss, sondern unter Fremdeinfluss, also Hypnose oder Gehirnwäsche gehandelt habe und so weiter und dass es noch einen zweiten Schützen gegeben habe. Also, das einzige Wort, was hier verkehrt ist, ist das. Was ist, wenn es beides ist? Man braucht doch immer irgendeinen Pätzchen, man braucht doch immer irgendeinen Sündenbock. So, und irgendjemand, der eh schon ein bisschen strange ist, der ist doch da prima für. Hm? Das Problem ist nämlich beispielsweise Robert Kennedy. Ende April 2012 meldete sich die Kanadierin Nina Rhodes Hughes, eine ehemalige Schauspielerin und zeitweilige Aktivistin im Kennedy-Wahlkampfteam von 68, in einem CNN-Interview zu Wort. Sie sagt, sie hätte in der Kaltküche des Ambassador Hotels neben dem zweiten Schützen hinter Kennedy gestanden und damals im FBI zugleich Aussagen darüber gemacht, dass sie eben deutlich mehr Schüsse wahrgenommen hat, als jene Acht, für die Sirhans Waffe technisch ausgelegt war. Ihre Aussagen seien in den offiziellen FBI-Berichten jedoch verfälscht worden. Auch ist ein von früheren polnischen Journalisten Stanislav Prycinski am Tatort aufgenommenes Tondokument gefunden worden. Aha, ein Tondokument, also da, wo man beispielsweise die Schüsse hört. Da hat man beispielsweise, was hier drin steht, Stanislav Prycinski, Autorecording und so weiter, hat man 13 Schüsse drauf gehört. 13 Schüsse aus einem 8-schüssigen, ne, also 13 ist ein bisschen mehr als 8 und auch wenn es 9 gewesen ist, 9 ist einer zu viel und dass da also mehrere Schüsse drauf sind und so eng beieinander und so weiter, dass es also da zwei Waffen gegeben hätte und man weiß auch eigentlich, wen man da jetzt beschuldigen müsste, aber wie gesagt, wird unter dem Teller gehalten, wird nicht veröffentlicht. Ja, ja, das ist so. Egal, was man da macht, ja, die Journalistin sagt eben, guck mal hier, der RFK Junior ist total bescheuert, der ist ein Impfgegner, dann wird der Mann fertig gemacht, der Charakter wird attackiert und über die Sache wird gar nicht geredet, aber die ganze Welt hat doch gesehen, dass er den erschossen hat. Oh Mann, ey, das ist Journalismus, ey, da kann ja jeder, keine Ahnung, also wer den Job, also ich weiß es nicht, ne. Also, nochmal, die Geschichte ist die bei Robert Kennedy, nur mal ganz kurz, er ist von jemand anderem höchst wahrscheinlich erschossen worden und ja, der Sirhan Sirhan, der war zu dem Zeitpunkt des Attentates nicht bei Verstand, drücken wir es mal so aus, ne. Mehr will ich dazu jetzt im Augenblick nicht sagen, ist jetzt für uns nicht wichtig, wir sehen halt nur, dass selbst ein Kennedy als Verschwörungstheoretiker Gebrandmarkt wird, ne. Denn sein Papa, der Robert Kennedy, der Bruder von John F. hier im Weißen Haus, ja, war ein späterer heftiger Kritiker der Vietnam-Politik Lyndon B. Johnsons, also dem König, der von dem Tod des alten Königs Kennedy maximal profitiert hat, im politischen Sinne jetzt. Ne. Wir werden bald in die Familie Kennedy richtig reingehen und ich wollte jetzt einfach nur mal hier den Robert Kennedy mal hier benennen, weil er letzten Endes im Augenblick auch ein Verleumnisopfer ist gegen die Geschichte von wegen der aktuellen Situation mit der sogenannten Pandemie da draußen, ne. Der Sirhan Sirhan ist übrigens jetzt rausgekommen, relativ zeitnah, sage ich jetzt mal, und ist also zeitlebens eingesperrt gewesen für, kann man jetzt mal rausrechnen, 53 Jahre. Ne. So viel mal eben dazu. Ein Petsi, ne. Ein Sündenbock. Und wie gesagt, alles andere, was ihr lest, jetzt hier im Weltlichen von irgendwelchen Zeitungen, die ihn eh kontrolliert sind, die sind eigentlich Papier nicht wert. Da könnte man ein Papier für andere Geschichten benutzen. Magische Kugel. Wenn ich schon magisch höre, weiß ich schon, da geht nichts mit rechten Dingen zu sich, ne. Die zur Zeitschrift schreibt, der Mord wird ungeklärt bleiben. Das ist ja toll, was die alles wissen. Das sind Propheten in dieser Zeitung, ne. Und sie haben beispielsweise gesagt, es lässt sich kein Ereignis im Nachhinein ins kleinste Detail rekonstruieren. Na, klar, wenn man nicht will. Oder wenn man auch Sachen nicht freigibt, zum Beispiel. Und deswegen sind das Verschwörungstheorien. Es ist so abstrus, was Zeitungen schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen vernünftigen Grund gibt, warum irgendjemand von Ihnen da draußen noch ein Abo hat bei irgendeiner Zeitung. Ja. Die Limousine des Präsidenten wurde das Dach abgenommen, weil es sonnig und warm war. Ne. Das, also, es hat doch echt keinen Wert, oder? Es hat doch wirklich keinen Wert. Das Rätsel um den Mord an John Kennedy wird ungelöst bleiben, obwohl es nicht ein überzeugendes Indiz gibt, das gegen die Schuld von Lee Harvey Oswald spricht. Ich nehme die Wette an. Ich werde euch mindestens ein Dutzend Hinweise geben, wo der Lee Harvey Oswald im entferntesten seiner Möglichkeiten noch nicht im Traum in der Lage gewesen wäre, das so zu regeln und das so zu machen, egal wie gut und wie gefährlich und wie toll der Mann war. Ne. Man darf ja nicht vergessen, dieses Chaos, was durch diesen ganzen JFK-Geschichten, ist, die hat ja durchaus System. Der Edward Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds, der auch Verbindungen in den Vatikan hat, der auch bei den Jesuiten dann zu Gast war, der hat geschrieben in seinem Buch Propaganda organisiertes Chaos, was letzten Endes auch ein hoher Freimaurerritus oder Spruch ist, hat gesagt, die unsichtbare Regierung, die ist die wahre herrschende Macht unseres Landes. So, und jetzt fangt mal an, den Edward Bernays als Verschwörungstheoretiker zu brandmarken. Das ist aus dem Buch 1928 und eins seiner Bücher hatte der Jesuit Josef Goebbels, der damalige Reichspropagandaminister in seiner Bibliothek. Soviel mal eben zu Verschwörungstheorien, eine unsichtbare Regierung. Ob er die jetzt unsichtbar nennt oder ob er die jetzt Schattenregierung nennt, ist das doch eigentlich völlig wurscht, dem Jörg und mir. Wichtig ist doch, dass wir die Wahrheit haben wollen. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Ja, wir wollen die Wahrheit wissen, was letzten Endes jetzt hier mit diesen Königen der Welt passiert, die in Offenbarung 18.3 benannt sind, die eben im Bett sind mit der Hure, mit der abgefallenen Kirche. Kann es dann tatsächlich sein, dass es da eine Ausnahme gibt? War Kennedy die Ausnahme? War das der Sunny Boy? War das der Mann mit dem perfekten Zahnpasta-Lächeln? War das der Einzige, der uns jetzt hier Frieden, Freiheit und Wohlstand hätte bringen können? Was wäre gewesen, wenn Kennedy überlebt hätte? Hätte die Welt sich tatsächlich geändert? Das, was letzten Endes jetzt hier bei John F. Kennedy kommt, ist eine totale wilde Fahrt, die bald kommt. Deswegen auch, weil die erste Verschwörungstheorie über den Mord an Kennedy spätestens im Jahre 1968 jedem hätte einleuchten müssen, denn der Mord an seinen Bruder Robert Kennedy Initialzündung da zu sagen, Moment mal, schon wieder ein verwirrter Einzeltäter? Was bei dem John F. Kennedy der Lee Harvey Oswald gewesen ist, ist dann plötzlich bei dem Robert Kennedy Sirhan Sirhan. Plötzlich, aus dem heilteren Himmel kommt da jemand, der sagt, ne, die Nase gefällt mir nicht. Aber jetzt überlegt mal, wie viele Politiker es gibt. Ja, da müsste ja jeder Politiker draußen die totale Panik haben, dass also jetzt in jeder Ecke jeder Busch einen Sprengstoffattentäter oder irgendjemand auf ihn lauert mit den heutigen Möglichkeiten und dann zielgenau den dann ins Jenseits befördert. Also, muss man sich mal vorstellen. Aber komischerweise, bei den beiden Kennedys ist das so und noch viele andere Sachen im Kennedy-Clan auch. Von Selbstmorden, von Flugzeugabstürzen und so weiter. Also, da muss ja irgendetwas an dem John F. Kennedy dran sein, warum der dann so plötzlich in das Schussfeld gerät. Das besprechen wir sicher nächstes Mal. Ist es wirklich schon so spät? Ja, ja. Ja, ich denke mal, ich denke mal, ich habe jetzt hier eine ganze Menge Informationen erst mal so geliefert, wo man vielleicht auch sagen könnte, wir haben ja über den Blubert Murdoch gesprochen, der mit dem Kennedy, ich wollte jetzt nur eine kleine Zusammenfassung machen, ist vielleicht immer ganz interessant, wenn man jetzt wirklich auf die Suche geht, wenn man wirklich sagt, wir haben am Anfang darüber gesprochen, jetzt hier über die Verschwörungen, dann kommt ja, es bezieht sich ja immer nur auf den 22. November in der Regel, zumindest auf den ersten Blick bei Google. Es gibt ja anscheinend auch keine Auswahl mehr von Suchmaschinen, es gibt ja nur Google. Und wenn man auf Verschwörungstheoretiker geht, wer sich so mit Kennedy befasst, hat man heutzutage sogar ein prominentes Mitglied der Kennedy-Familie. Überlegt euch mal bitte schön, der Mann hier ist am 17. Januar 1954 geboren. Zum Zeitpunkt, wo sein Onkel, der Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, umgebracht wurde, war der fast zehn Jahre alt. Hä? Das hat der doch alles mitgekriegt. Das hat er doch alles im Fernsehen gesehen. Er war zehn Jahre alt, der Junge. Als wenn der heutzutage da halt stabil durch die Gegend läuft und sagt, ach ja, die Welt ist schön. Also meine Güte. Und dann so eine Journalistin, die sich so auf den Charakter einschießt, anstatt mal da Fakten, aber das können die alle nicht, da kriegen die ja kein Geld für. So, dann haben wir kurz gesprochen über den John F. Kennedy selber, der ja genau aus dieser Familie eben kommt und der eben schon auf einer Georgetown Preparatory School war und verschiedene andere Sachen dann auch und dass der so eine ganze Menge heutzutage Wirbel aufwirbelt, auch in 2020, 2021. Dann haben wir halt gesprochen über, klar, die kennen die Verschwörungstheorie mit den ganzen Bildern, das ist ja unsere Eingangshypothese gewesen, dass wir gesagt haben, er ist einer der Könige der Welt und alles stürzt sich nur auf den Tathergang und kaum einer interessiert sich für die wahren Hintergründe. Alles, was ihr an Büchern seht und so weiter, stürzt sich in der Regel auch nicht auf die wahren Hintergründe. Weder sind Kevin Costner oder irgendein Film und noch irgendwie QAnon und irgendwie jetzt hier irgendwelche anderen Bücher oder irgendwelche Geschichten im Hintergrund Amazon, wird man die Wahrheit in der Regel nicht finden. Amazon ist dann auch einer der entsprechenden großen Big Player. Wir reden ja hier über ein großes Monopol, wo dann jeder so sein Ressort hat. Anstatt Kevin Costner wollte ich nur mal eben sagen Oliver Stone. Oliver Stone, ja zum Beispiel. Oliver Stone war der Regisseur. Ja, ja, genau. Kevin Costner und genau. So, Robert Murdoch beispielsweise haben wir auch wieder ein Monopol sozusagen. Wir haben auch jemanden, der hier unglaublich reich ist, der also sechs, sieben Mal so viel Geld hat, mindestens, wenn nicht noch mehr wie so ein Herrn Trump. Also da kann man doch mal schneller sehen, die Leute, die dann sagen von wegen, ja die sind die Reichen und die Mächtigen und so weiter. Aber kennt doch kaum einer den Rupert Murdoch. Ja, vielleicht die Zuhörer hier, aber sonst. Rupert Murdoch war diese ganze kurze Geschichte, dann sind wir eingegangen auf diese ganzen Ritterordnen, die da im Hintergrund sind. Das heißt, die Menschen, die mächtig sind, sind im Hintergrund noch entsprechend organisiert. Eine Bitte hätte ich noch, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Spoiler habt, bitte bringt die nicht, weil ich möchte es letzten Endes noch ein bisschen spannend haben für die Zuschauer vielleicht, die jetzt erstmal so in die Candy-Geschichte reinkommen. Es wäre ganz lieb, wenn er da nicht sagt, vor allem, ja, aber der ist doch auch und das ist doch auch, wenn er das einfach vielleicht nicht macht, dass der Kommentar dann vielleicht nicht aufploppt, damit dann irgendjemand sagt, ach, ja, also ich würde gerne mal hier so ein bisschen rangehen wie an so einen Kriminalfall und ja, das war also die eine Geschichte jetzt hier, das hatten wir schon, JFK hatten wir auch, dann halt die Empfehlung von Jörg mit dieser Serie jetzt hier, nichts als die Wahrheit, Nothing but the Truth, die Macht der Souveränary Military Order auf Malta, ist ja nur einer von vielen Orden, muss man ja auch dazu sagen, ist ja jetzt nicht unbedingt die Stelle, wo man sagt, also da konzentriert sich jetzt die ganze Macht und dann haben wir auch natürlich noch eine ganz andere Quelle hier, die wir dann hier gemacht haben, der Vatikan und die Jesuiten, sind wir schon wieder bei den Jesuiten hier, dieses Bibliotheka Pleiades, also die Bibliothek der Sterne hinter hinten, gut, also das war jetzt erstmal so im groben Durchlauf die Geschichte und ich kann noch nicht sagen, was in der nächsten Woche folgt, weil dieses Skript hier fluktuiert, das heißt, ich habe immer neue Sachen, die dabei kommen und wo ich sage, da muss ich unbedingt reingehen, was ich vorhabe, ist letzten Endes in der nächsten Folge reinzugehen und dann zu gucken, wie denn so die familiäre Ausstellung der Familie Kennedy ist, ich denke, dann geht uns schon ganz, ganz großes Licht auf, da werden dann auch Sachen benannt, die nicht garantiert nicht jeder auf dem Schirm hat, der zumindest sich nicht jetzt sehr, sehr intensiv mit der Familie Kennedy beschäftigt hat und dann auch plötzlich sieht, dass es da eben nicht eine Familie der Sunnyboys und der TV-Legenden und der Partylöwen ist, sondern halt eine ganz andere Geschichte auch noch dahinter steckt. Ich danke erstmal für euer Ausharren und danke dafür, dass ihr hier treue Zuhörer seid und auch bleibt und dann wird der Jörg jetzt sicherlich noch seine Perspektive von der heutigen Sendung sagen und ich verabschiede mich mal, ich sage, lest eure Bibel und geht weiter an den Jörg. Na, ich habe nur eine ganz kurze Bemerkung. Michael meinte, außer Google gibt es ja wohl keine Suchmaschine mehr, wobei er damit recht hat, dass natürlich die meisten Menschen schon, wenn sie irgendwas im Internet suchen wollen, sagen, ich google das mal. Ja, genau. Da wird das also schon zum Verb, zum Tu-Wort, wie ich immer noch in der Schule gelernt habe. Es gibt schon eine andere Suchmaschine auch. Es gibt zum Beispiel Bing, es gibt zum Beispiel DuckDuckGo und dann gibt es tatsächlich Leute, die glauben, dass die unabhängig sind von Google und dann gibt es tatsächlich Leute, die glauben, Google ist eine große Firma. Nein, diejenige, die die wirklich große Firma dahinter ist, die nennt sich Alphabet und die hat viel mehr Firmen als nur Google und diese anderen Suchmaschinen sind auch nicht unabhängig, weil sie sind alle im Internet und das Internet ist eine Erfindung des DOD, Department of Defense, der Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben das mit voller Absicht der Welt zur Verfügung gestellt und wenn ihr glaubt, dass die uns etwas zur Verfügung stellen, ohne die Kontrolle drüber zu haben, ja dann glaubt ihr auch, dass die Pandemie im Augenblick echt ist und damit schließe ich mein Plädoyer für heute. Danke Michael für die wunderbare Recherche, die er gemacht hat. Hoffe, dass ihr dranbleibt und dass ihr in der Zwischenzeit noch Zeit findet, eure Bibel zu lesen. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from him. God is grieving, he knows and he's seen. Isaiah 29, verse 15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us. The eyes of the Lord are everywhere beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide don't try to hide from the Lord and good. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their works are in the dark and they say who seeth us and who knoweth us.